Herzlich Willkommen, meine lieben Freunde, zu einem neuen Investing-Video auf meinem Kanal. Ihr seht es schon im Thumbnail, es geht um die Scream-Karten. Kann man ja aktuell im Daily Knockout-Turnier gewinnen, also jeder bekommt da eine goldene Scream-Karte. Das heißt, ihr könnt euch eigentlich jede goldene Scream-Karte kaufen, ich glaube bis auf Lukaku und Bellerin. Ihr seht, ich habe das euch eingeblendet jetzt. Welche ihr seht, die könnt ihr einkaufen, also da wo ein rotes X ist. Die Spieler dürft ihr nicht kaufen, die anderen könnt ihr natürlich kaufen, so ein Müller für 30.000 mit einem 88er-Waiting, da könnt ihr überhaupt nichts falsch machen. So ein Charnalulu oder Zierich oder so, die sind bei 10k, die werden vorneweg wieder auf 15, 20k steigen. Wenn da eine SPC kommt, können die sogar auf 50k hochgehen. Deswegen, ich habe mir da die Listen voll gemacht, das würde ich euch auch empfehlen, weil da könnt ihr wirklich nichts falsch machen, das ist kein Risiko. Ihr seht, ein Müller ist auf 30k runter, der war vorher bei 110.000. Wenn ihr euch überlegt, klar, werdet ihr die 110.000 nie mehr erreichen, das ist vollkommen klar. Aber der wird vorneweg auf 50, 60k wieder steigen. Und ein 88er-Waiting ist sehr, sehr wichtig in Squad Builder Challenge. Und für ein 88er zahlt ihr sowieso normal aktuell schon 26k. Das heißt, die 4k mehr oder die 5k mehr, das ist nicht viel. Also, das könnt ihr auf jeden Fall einfach machen. Kauft euch da so viele, wie ihr könnt. Und wie gesagt, wenn ihr nicht so viel habt, holt euch 1, 2 von diesen normalen Screen-Karten. Werdet ihr auf jeden Fall Coins-Gewinn machen, da bin ich mir zu 100%ig sicher. Selber war auch mit den gesamten anderen Karten, die ich euch vorher empfohlen habe. So Freunde, ich würde sagen, das wäre es auch mit diesem Video gewesen. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Wenn ja, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Ciao, ciao, bis die Tage, meine Freunde. Ciao, ciao.